Großtrappen sind mit bis zu 18 Kilo die größten flugfähigen Vögel der Welt. Das ist ganz fantastisch, die in echt zu beobachten. Vielen Dank an den Verein Großtrappenschutz e.V. im Fiener Bruch. Und es ist toll, was dort für eine Arbeit geleistet wird. Wir hatten zur Jahrtausendwende fünf dieser seltenen Vögel. Jetzt haben wir 107 und ich will alles dafür tun, dass wir die Förderung so aufrechterhalten können, dass wir hier eine eigenständig lebensfähige Population aufbauen können. Vielen Dank.